Gott hat ein Herz, das das Erbarmen siebeflucht, und wenn der Mund vor seinen Ohren klagt, und ihm das Kreuzes Schmerz im Namen und Vertrauen sagt, so bricht ihn in das Herz, das er sich eben ums Erbarmen muss. Er hält sein Wort, er sagt, klopft an, so wird euch aufgetan, drum lasst uns also fort, wenn wir in höchsten Blüten steben, das Herz zu Gott allein erheben. Halt sein Wort, er sagt, klopft an, so wird euch aufgetan, oder über den Mund vor sein, das Herz zu Gott allein erheben. Untertitelung des ZDF, 2020